Hallo Leute, ich bin der Genkiller und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video und ich seh es hier gerade ein bisschen vergrüppelt, da ich links meinen PC, also mein Audio aufnehme und rechts auf die Playstation, auf meinen Fernseher gucken muss und in diesem Video werde ich mal so kleine Battle Packs öffnen, 6 Stück, die Version 4 von den Battle Packs und wir hoffen mal, die ziehen etwas Gutes und ich hab mir überlegt, erstmal das Video einmal hochzuladen und dann mal für die Zukunft zu schauen, denn ich wollte öfter so kleine Battle Packs machen und mal so 10 Stück öffnen und dieses Video wollte ich einfach nutzen, um dann eventuell über irgendwelche aktuellen Battlefield-Themen zu reden wie jetzt zum Beispiel, jetzt gibt es ja den, ähm, diesen großen Patch, der rausgekommen ist ich hab jetzt leider keinen Ton, ihr habt also wahrscheinlich Ton haben und wir sehen hier eine herausragende Waffe, hab ich diese Waffe schon? Nein, die hab ich noch nicht, deswegen füge ich hier einfach mal hinzu Oh, ein Puzzlestück! Jawoll, das will ich doch haben Ich hab jetzt zwei Stück von dem, kann man sich das angucken, hier ähm, zwei Stücke von dem Knüppel und, äh, von dem Messer hab ich bis jetzt nur ein Teil und ich hab noch gar keinen mit so einem Messer gesehen es gibt so eine Keule, mit dem hab ich schon mal einen gesehen aber mit dem Messer und so hab ich, glaub ich, noch keinen bis jetzt gesehen ähm, ja und wie gesagt, ich hab mir überlegt, diese gucken, kann ich hier rechts alle öffnen? Nein ähm, hier rechts könnt ihr nochmal gucken, welche Sachen da drin sein können war natürlich mega Glück, dass wir direkt so ein, ähm, oh, die Pistole, das sieht gar nicht so schlecht aus ähm, ja, direkt Glück gehabt, dass wir ein Puzzlestück in der ersten Kiste drin gehabt haben schon wieder etwas Blaues, schon wieder nur heraus ey, das ist, das ist die gleiche nochmal zu besitzen unten könnt ihr übrigens sehen, ähm, dass man dann dieses Objekt schon besitzt denn manche wussten das gar nicht, dass das da unten steht deswegen verkaufen wir das und, ähm, ich sammle schon, ich hab, wie viel hab ich jetzt? 510, genau Oh, noch ein Puzzlestück! Leute, was ist da los, Alter? Ich sollte öfter Videos machen, wie ich die, äh, Dinge aufnehme Jawoll Zwei Puzzlestücke, zweimal die gleiche Waffe von zweimal Puzzlestück da drin also das bringt doch Glück, das Video fängt doch schon mal gut an und, ähm, zum dritten Mal versuche ich euch das jetzt zu sagen ich will eigentlich in What the fuck ist das hässlich, Alter? Das will ich ja eigentlich nicht mal behalten weg damit, ey ähm, ich will in Zukunft halt diese Videos gerne mal nutzen, ähm, um über irgendwelche Themen zu reden gestern kam ja der große Patch raus, ich bin mal gespannt, was die alles gemacht haben ich hab mal so ein bisschen die Patch Notes überflogen und, ähm, na komm, wir halten die Waffe mal ich hab die Patch Notes mal so ein bisschen überflogen hoffe mal, da stimmt auch alles, was dabei ist jetzt wenn ja auch Hardcore Server und, ähm, dieses neue, dieser neue Spielmodus, wo alles voller Nebel ey, wollen die mich verarschen wo alles voller Nebel ist, sind ja jetzt hinzugefügt worden und, ähm, ich bin mal gespannt also Hardcore Modus werde ich das wahrscheinlich nur einmal oder zweimal anzocken, ich bin nicht so Fan der, äh, von Hardcore da haben die Snipers noch besser, komm, die gleiche Waffe noch mal uh, das sieht gar nicht so schlecht aus Inventar hinzufügen ja, kein Puzzlestück diesmal, ähm, Hardcore bin ich eh nicht so der Fan von die Sniper gemätschen auf den Sack und wenn man dann noch nicht sieht, wo der Sniper liegt und campt, dann, ähm, ja, wenn eigentlich alle Leute nur noch Snipern oh, die Waffe sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen zu okay, drei Stück noch übrig, ähm, wie gesagt die Sniper werden mir dann so sehr auf den Sack gehen deshalb spielen wir wahrscheinlich oh, 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 oh die habe ich glaube ich schon ne, habe ich noch nicht ja, nice ähm, werden mir zu sehr auf den Sack gehen diesen Nebelspielmodus ja gut den werde ich jetzt ein, zweimal vielleicht auch spielen ist jetzt, oh, nochmal was legendäres die gleiche Waffe noch mal hintereinander verschrotten oh, 270 oh, vielleicht können wir wenn wir jetzt noch was Gutes ziehen wenn wir jetzt halt was Gutes ziehen können wir vielleicht mal endlich so ne 900 Pack aufmachen ich hatte bis jetzt noch keins von den Dingern und das Ding verkaufen wir aber es gering, glaube ich, nur 30 schade, schade, schade hat, reicht, glaube ich, nicht ich glaube, das kostet oh, Puzzlestück, jawoll nice, drei Puzzlestücke bekommen und, ähm 900 nein, 30 fehlen noch gucken, habe ich irgendwas doppelt in meinem Inventar naja, das habe ich nicht doppelt ah ja, das sieht man ah ja, ihr könnt übrigens mal mein Inventar mal sehen und, ähm, ja, wie gesagt diese Nebelmap werde ich wahrscheinlich auch kaum zocken dass es nicht, äh so viel Spaß macht oder, denk mal nicht so geil sein wird für mich dass ich eigentlich immer einer bin der sehr viel spottet ich weiß nicht eigentlich will ich ah komm, wir verschrotten das und öffnen so eine Kiste ich will so eine ich will wissen, was da drin ist ich will noch ein noch ein Puzzlestück haben ich habe jetzt wieso bin ich nicht mehr bei den Battle Packs Battle Packs ähm holen 900 und ab geht's los, Jungens noch Puzzlestück ich frage mich, ob man die immer verteilt kriegt hä ah, die kann man auch ah Version 5 ok, die anderen werden Version 4 Trupp XP Boost ah ja, stimmt bei dem neuen Patch gab es ja extrem äh Trupp XP Boost wo ich auch nicht so der Fan von bin oh, die hat sogar aufgeschossen geile Animation komm, gib mir ein Puzzlestück nein euer ernst ach so, das ist die ohne Barrette oder was ich dachte, ich hätte die schon jetzt kommt drückt mir die Daumen was, kein Pack kein Puzzlestück aber ich habe jetzt von beiden 2 hätte ich jetzt alles von von dem Ding jetzt gehabt hätte ich das Ding jetzt schon gehabt ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben ähm wie es bei euch ist ob ihr auch die Puzzlestücke gleichmäßig ungefähr verteilt bekommen habt oder ob ihr jetzt von dem einen 4 habt und dem anderen 1 oder ob ihr sogar schon mal 1 komplett äh habt und ähm ich bin mal gespannt ob man das irgendwo sehen kann was die für Schaden machen ob die dann direkt One-Hits sind wenn man die Gegner trifft ob man auch direkt Panzer und alles kaputt machen kann wie es mit den Dingern ähm sein wird wenn man sie freischaltet und dann bedanke ich mich auch schon recht herzlich fürs Zusehen Ciao Ciao